Hey, herzlich willkommen zurück zu Dead Island! Oh yeah, es geht endlich weiter mit diesem gestörten Scheiß. Ja, naja, gestern stand ich am Abgrund und heute bin ich schon einen Schritt weiter, weißt du? So schlecht wie diese Wurzel! Sind sie schlecht? Gut, mir wird schlecht davon. Das ist das Einzige, was das jetzt... Bitte nicht. Let's see... Ich nehm mal... Warum hat sich's gerade spontan nach oben gebogen? Oh, der pennt mal ne Runde. La, la, la... Schwinge! Fuck! Zu dumm für... Bam, 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 bam... Ja, komm! Ah! Mann, jetzt! Spontan mal die Milz hervorgehoben und dann... ...dann, äh, den Rest des Fleisches gut in die Soße einwirken lassen. Dann gibt das auch einen guten Cocktail. Also, meine Damen und Herren, äh, rufen Sie an, äh, wenn Sie finden, dass Nummer 16 das beste kulinarische Steak ist. Ja, und, ähm... Irgendwie ist mein Rohr komplett weg. Finde ich scheiße. Hallo? Bist du auch hier? Wegen dem Wetter? Ich schon, weißt du, und ich meine... Überall Zombies, wie du da hinten siehst. Wir können... Wir können uns doch zusammen durchschlagen, oder? Wow. Kann man den nicht irgendwie anpeilen? Ah, doch. Mega episch. Ah, jetzt geht's sogar so. Also, Kumpel. Ich will dir nicht wehtun, du mir nicht. Guck mal, ich steig jetzt erstmal auf diese Kiste hier und dann sage ich dir ein paar Komplimente. Also erstmal... So. Gut, stehe ich eben neben der Kiste. So. Also, ich finde, dieses... Diese Sonne lässt deine Haut sehr... Ja. Du hast eine gute Sommerbräune, ja? Und dieses Sixpack, ich finde... Und du hast schöne Augen und... Komm, wieso vergessen wir das nicht, dass du Zombie bist und mich essen willst und... Wir können doch einfach... Freunde sein, hä? Okay, okay, okay. Ich habe nur einen Vorschlag gemacht. Ey, tut mir leid, ich helfe dir hoch. Ich helfe dir hoch. Das war dieser... Die Steuerung. Oh! Okay, okay. Niemand hält mir seinen Zombie-Arsch ins Gesicht. Tut mir leid, aber da hast du eine Grenze missbraucht, Kollege. Ist das zu fassen? Glaubst du das? Der hat mir seinen Zombie-Arsch ins Gesicht gehalten. So. Und nicht anders. Penner. Glaubst du das? Was ist ein Arsch, oder? Ey! 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 Der war gut. Wenigstens haben sie sich lieb. Und da steckt irgendwas in deinem... Alter, der Wurf war ja gut. Genau auf den Lendenbereich. Oder? Keine Ahnung. Da, da, da. Let's see what we have here. Ah, fuck. Da, 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 da. Oh, ich bin ein Schatzjäger. Na, das ist ja was ganz Tolles. Arsch! Ach, ja, ja. Nein, wollte ich gar nicht. Sondern nur ein paar Koffer durchstürben. Ich wollte nur den Assi raushängen lassen. Nein, nicht den. Let's see what we got. What we got. Kleiner Scheißpenner. Nein, den Assi lass ich hier nicht raushängen. Es sind Kinder anwesend. Die auch. Warum gibt's eigentlich keine Zombie-Kinder? Das wär doch mal geil. So kleinen Scheißern das Hirn wegprügeln. Geil! Ich hab irgendwas gefunden, was rot war. Und es hatte nicht seine Tage. Sieht so aus, als... Also, wenn man jetzt so guckt, nicht den Arm von ihm hier sieht, sondern das Bein von dem Roten und es wäre der Arm von ihm. Sieht so aus, als würde er sich zuletzt noch da hinstrecken, um das da aufzuheben. Naja, dafür braucht man halt Fantasie. Und die hat man nicht, wenn man alt und hässlich ist. Naja. Keine Ahnung. Hm. Schatz, wieso lässt du es mich nicht merken, wenn du einen Orgasmus hast? Weil du nie dabei bist, wenn das passiert. Boah, ganz mies. Mies, der war gut. Okay. Alter, weg davon. Es sei denn. Hab ich, hab ich. Nein, nein. Dann weg da. Alter, ich will doch nur meine Quest hier, ne? Ja. Ist das jetzt... Das ist falsch. Irgendeins hatte ich doch... Weil, das Problem ist nämlich, die tun sich immer, wenn ich neu lade, selbst, ich sag mal, analysieren. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, welches das war, was nach hier ging. Irgendwas muss nach hier sein. Ach, ist doch... Hier. Schwarzer. Da sollst du keinen Scheiß machen. Sag mir, wo es wehtut. Oh Gott, was für ein Name, ey. Hä? Ich hab's gleich. Kein Problem. Einen Moment. Dauert nicht mehr lange. Gleich hab ich's. The fuck? Alter, wie der wieder im Absterben ist. Ich muss doch bei irgendeinem Quest hier lang. Da, zu der Höhle. War das nicht sogar das mit den Fackeln oder sowas? Äh. Gut, da steht Falke und nicht Fackel. Aber ich mein ja nur. Nein? Ach, ich geh jetzt einfach hier lang und mach das dann eben manuell. Arschlöcher. Weil ich wusste, irgendwas war doch hier in dieser Höhle mit dem Wasser und den Fackeln. Idioten. Das könnt ihr mir nicht nehmen. N-ne-ne-ne. Nicht nehmen. Ah! Da ist doch schon irgendwas in der Richtung. Na endlich! Warum hast du gekeckt? Niemand hat dir das befohlen. Ein Fohlen ist ein Pferd. Und diese Wurzel trinkt aber hier aus dem Schnorchel das Wasser. Tut mir leid, es geht schon direkt weiter. Oh Mann. In die Palme. Und ich geh nur einen Schritt und hab schon direkt hier so meine elf Kilometer abgelatscht. So soll's sein. Hier war doch ne Höhle, oder? Ey Mann! Ich hab mich voll verlaufen, Alter! Ich dachte hier wär ne Höhle, ey! Aber nein, Mann! Hier ist keine Höhle! Vor allem voll so, voll Gewitter und so. Okay, okay. Ich wollt schon sagen, ein gewitternden Tropen ist wohl kein Tropensturm. Oder doch? Hallo? Hier sieht's gefährlich aus. Was gibt's hier? Ups, falscher Knopf. Wo war die Taschen? Ah! Geht ja gar nicht auf. Oh! Das klang böse. Alter, du musst nicht... Machen. Du Neandertaler. Was ist das hier? Passiert da was cooles, wenn ich da reingucke? Hallo? Hm. Hier sieht's so gefährlich aus. Hier soll irgendwas passieren. Komm schon. Schade. Da will man sich einmal selbst gruseln und dann ist das nur so ne... Ne? Scheiß! Ein gelber Kreis. Ist das ne Sonne? Warum kommt diese komische Musik? Mann! Ich will den Kreis fressen. Wow, grafisch ist... Ah ne, das soll so sein, glaub ich. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aha! Hat mich gar nicht zu interessieren. Diese Palmen! Hier stinkt noch... Äh... Almosen! Für Rettner! Und so. Yo, hier kann ich ja voll den Akt mitnehmen, Mann! Ich hoffe, das gehört keinem. Kargas? Das heißt Kar-Glas. Kar-Glas. Lern Deutsch. Vor allem, weil das Deutsch ist. Ja, Kar-Glas ist Deutsch. Mit der Rede doch gar keiner, du Spast. Du musst ja nicht gleich, äh, beleidigend, äh, werden, ne? Alter. Halt einfach die Klappe, Mann. Man muss nicht mit sich selber reden. Wieso nicht, Mann? Das ist voll normal. Alter. Schnauze jetzt. Ich will das Island spielen. Kannst du abhacken, Alter? Guck doch mal, wie schlecht du bist, Mann! Lässt dich von so einer Fetten angreifen! Fettsack über Bord! Wir haben ein Wal! Wir haben ein Wal verloren! Alle zurück auf Posten, es ist ja so offen. Ey! Du Tonne! Was bildest du dir ein? Hey, so kann man voll den Mocker machen. Oh! Huh, 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 huh! Hugeler, hugeler, huh, 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 huh! Das ist mein Regentanz. Pst, 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 pst! Arschloch-Tonne. Double Blade! Ey! Ey, du! Yo! Zieh dir den Shit mal rein! Wow! Alter! Du sollst chillen! Danke! Danke! What the? Der war gut, ne? War der gut, Mann? Mach die Beine breit, ich will dich aufschlitzen! Bitch! Bitch! Mir fehlt da irgendwie so eine Hälfte. So ein Auge, so ein Hals, so ein... What the hell! Ah! Dankeschön! Genau das, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe! Aha! Sieht das weihnachtlich aus? Ja, du Idiot! Weihnachten in Wichsatopien. Nein! Klinge! Don't leave me! Ah, danke. Ich hab dich doch so lieb! Hey! Damit kann ich doch die Fette wiederholen! Ah! Du musst ja nicht so tun, als wärst jetzt hier so ein Endboss oder so! Ne? Du Angeber! Du bist ja total langsam! Guck mal, sogar deine Jünger überholen dich, Jesus! Hey, Jesus! Ah! Kacke! Wow! Okay! Beim rückwärts gehen! Du bist behindert! Behindert! Ein Schläger! Hör auf zu schreien! Hier wird nicht geschrien! Oh! Das ist der Bereich für Touristen! Hier wird nicht geschrien! Steh auf, Schwarzer! Steh auf, Schwarzer! So ist fein! Wo will die hin? Was? Ich dachte schon, die gehen wieder phrasen! Seid ihr jetzt davon ausgegangen, dass ich davon schon... Mann, du Wichser! Lass mich dich doch mal jetzt treten und dann weggehen! Mann! Die gehen wieder phrasen! Die gehen davon aus, dass ich tot bin, oder was? Du ver... Mann! Hau ab jetzt! Du bist ein Wichser, Alter! Wollte ich dir nochmal sagen! Kommt sogar zu dumm zum... Hey, jetzt fick dich! Du Bustard! Blöder Wichser! Hau ab, Schnäpfe! Kopf ab! Das ist eine Angelegenheit zwischen großen Negern! Wichser! Habe ich noch was zu werfen! Wichser! Ich muss irgendwas werfen! Hier, du Bastard! In den Kopf! Mal Kick probieren! Ja, okay! Ich probiere keinen Kick mehr! Hurensohn! Entschuldigung, wollen wir nicht wieder vertragen? Dass deine Mutter eine Hure ist, wollte ich eigentlich sagen! Stopp! Mal sehen! Äh, irgendwas langes... Nein, ich schlag ihn jetzt nicht mit meinem Pimmel! Auch wenn mein Typ schwarz ist, dass das eigentlich gehen würde, aber egal! Komm doch her, du Wichser! Komm doch her, du Wichser! Ja, du bist ja ein toller Hecht! Ich könnte ausrasten! Klar, wir einen Kilometer laufen wegen dem Hurensohn! Ich glaube, es geht noch! Und du? Du rennst jetzt gefällig, du Penner! Wenn du schon stirbst, dann kann man nur rennen, klar? Genau so will ich dich hören! Ganz erschöpft und im Arsch! Und wir haben noch was zu klären, du Stück Scheiße! Komm her! Jetzt scheiße ich auf Verlust! Ich hau dir jetzt einfach die Fresse ein, du Bastard! Ja, genau! Mike Tyson steht wieder auf! Ich sag, der steht wieder auf! Nicht er lässt sich Zeit! Komm doch her, du Bastard! Was ist denn, ne? Hast du ein Anliegen, oder was? Steh auf, Schwarzer! Komm! I believe in Black Power! Hast du da was zu klären, oder was? Du Bastard! Wer soll dir denn helfen, Trottel? Du bist der einzige Schwarze, der hier irgendwas unternimmt! Aber wie viel Leben hast du noch, Alter? Fick dich mal! Im Ernst, Alter! Eine Stunde auf dem eingeschlagen, ey! Fixe! Komm her, jetzt hackst du dir die Birnen ab, du Bastard, Mann! Wie viel Leben hat er noch? Hallo, deine Lebensanzeige will... Ja, klar! Stopp, Mann! Wieso... Alter! Habe ich hier nicht so einen Ulti-Hammer? Standardmäßiger... Ich hatte doch so ein blaues Item, Mann! Da, Eat the Medikit! Hä? Bist du scheiße? Wie benutze ich das? Hä? Ah, coole Sache! Komm! Komm! Komm her, Mann! Schlag doch jetzt! Ja, komm! Spast, ey! Ja, Mann! Endlich ein Treffer! Noch zwei! Okay! Bastard! Komm, jetzt reicht's! Bam! Ich schau dich übers Seil, du Wichser! Mike Tyson poppt ihm das Seil runter! Und er geht auf ihn ein! In der Ecke zusammengeschlagen! So sieht ein Boxkampf unter Schwarzen aus! Ladies and Gentlemen, ist das eine Action! Wichser hoffentlich ertrink deine Mutter, du Bastard! Ich meine... Ich mag ihn! Er ist sympathisch! Netter Kerl! Alter! Jimmy, man läuft nicht mit einem Messer durch die Gegend! Warum? Ey, jetzt bin ich voll ins Messer gerannt! Verstanden? Der hat mich voll ins Messer rennen lassen! Alter! Guck mal! Hier! Bam! Voll ins Auge! Alter! Ey, so stelle ich mir das immer vor und so spielen! Okay, das ist ein Spiel! Warte mal kurz! Ich muss mal ein Messer aus der Luft nehmen! Was einfach so spawnt! Ha! Ey, das ist doch mal Matrix! 2.0! Warte! So! Und dann wirft er so und dann... So! Wo ist es hin? Da! Oh mein Gott! So! Und dann so... Alter! So voll so... Und dann so... Und dann so... Genommen! Umgedreht! Und wieder aus der Drehung höher! Voll auf dem Boden! Voll verkext! Okay! Ernste Sache! Und jetzt... Leer getreten! Aber mit dem Hammer das halbe Gesicht regezillert! Die Oma ist am Boden! Oma Müller ist down! Da kommt schon der kleine Schleimer, der... Der will nur spielen! Der läuft außen rum! Der ist dumm! Der ist dumm! Der war schon immer der Dumme aus der Familie! Das ist der Dumme! Guck aufs Hirn geschlagen! Das war mal... So läuft das bei Dead Island! Du Wichser! Genau so! Dein Schädel soll bitte explodieren! War ein Stück vorgelegt! Ah Mann! Ich hau mir selbst ans Schienbein! Bam! Genau so! Toll! Das war ja ein beschwissener Part! Egal! Bis zum nächsten Mal! Und vielen Dank! Und... Dead Island! Erwartet euch! Nicht zu spät kommen, weil das Flugzeug und so... Und... Pizza! Hey! Hier wird nicht Pizza geschrien! Tschüss!